Dort begrüße ich jetzt unsere Kollegin Bettina Scharkus. Guten Morgen nach Brüssel. Frau Scharkus ist jetzt mal ganz offen gefragt, was bedeutet denn dieses Ergebnis sozusagen europapolitisch? Womit rechnet Brüssel jetzt? Ja, guten Morgen. Erstmal wurde das Ergebnis mit großer Erleichterung hier in Brüssel aufgenommen. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker schrieb bereits gestern Abend, er zeige sich glücklich, dass die Franzosen eben eine europäische Zukunft gewählt hätten. Auch aus dem Europäischen Parlament hört man von Sozialdemokraten und auch von der christdemokratischen EVP nur Gutes über Macron. Man darf ja nicht vergessen, Frankreich ist nach wie vor ein Schwergewicht in der EU, trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und eine antieuropäische rechtspopulistische Regierung in Paris hätte Brüssel sicher in große Schwierigkeiten gebracht. Man ist sich aber auch hier bewusst, dass eben viele für Marine Le Pen gestimmt haben und damit viele auch gegen die EU. Es gab viele Proteststimmen in Frankreich. Auch darüber ist man sich hier in Brüssel schon im Klaren. Ja, da bleiben wir vielleicht einen Moment dabei. Also Le Pen, 34 Prozent, Sie sprechen es an. Das hat man auch in Brüssel sehr genau zur Kenntnis genommen. Wie will man denn diese Kräfte wiedergewinnen? Tja, man hofft eben, dass durch die Wahlen in den Niederlanden und jetzt in Frankreich doch ein Umschwung stattfinden kann. Emmanuel Macron gilt ja als engagierter Europäer. Deswegen sind die Erwartungen doch hoch, dass er sich einsetzt für eine handlungsfähige, starke Europäische Union. Europa erwartet aber auch andererseits von Macron. Das wurde gerade in Ihrem Vorgespräch auch schon erwähnt, dass er Frankreich wieder wirtschaftlich nach vorne bringt, dass er Reformen durchführt im öffentlichen Dienst, im verkrusteten Arbeitsmarkt, dass er zum Beispiel rangeht an diese Rente mit 62, die er in Frankreich gilt. Der Motor Frankreich in der EU stottert im Moment. Und da hofft man nun in Brüssel, dass der neue junge Präsident Macron auch Frankreich modernisiert und damit auch die EU wirtschaftlich weiter nach vorne bringt. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Macron, wenn man sich seine europapolitischen Vorstellungen mal anschaut, ja unterscheidet zwischen EU-Ländern und Euro-Ländern und da so eine Art Finanzministerium wohl auch fordert. Was kommt denn da auf Brüssel-Berlin zu? Ja, das ist klar, dass Emmanuel Macron die EU strukturell verändern will. Und Sie haben es erwähnt, er will die Eurozone stärken, aber auch mehr vergemeinschaften. Er will einen gemeinsamen EU-Haushalt, er will einen gemeinsamen europäischen Finanzminister, er will eine gemeinsame Haftung, zum Beispiel für Staatsanleihen, diese sogenannten Euro-Bonds. Das alles schmeckt der Bundesregierung respektive dem deutschen Finanzminister Schäuble natürlich nicht. Also man kann vielleicht zusammenfassend sagen, Berlin und Brüssel freuen sich über einen pro-europäischen, französischen gewählten Präsidenten. Aber man wartet hier in Brüssel doch jetzt erst mal ab, welche Ziele er in der EU konkret verfolgen wird und ob er wirklich hartnäckig die Eurozone stärken will. Also das würde bedeuten, möglicherweise gemischte Gefühle. Bettina Barkus war das. Schönen Dank, Scharkus, so viel Zeit muss sein. Vielen Dank, aus Brüssel. Tschüss.